Um was geht es in diesem Spiel? Hallo und herzlich willkommen zu Tuck the Table mit dem Kinsey und der... Hallo, wer bist du, wer bist du? Mad Cat schon wieder, ja. Es steht 2 zu 3, ne? Tuck the Table, das hört sich so ein bisschen an wie... Es steht 2 zu 3? Ja, in diese amerikanische Werbung. Gucken Sie sich das an, wie toll das ist! Naja, die Musik erinnert mich auch ein bisschen an Werbung. Aber naja, es steht 2 zu 3. Zocker habe ich gewonnen? Nein, 2 zu 0. Entschuldigung, 2 zu 0. 2 zu 0 steht es noch. Es wird langsam Zeit, dass du aufholst. Guck mal. Nein, das ist mein Tisch. Das ist mein Tisch. Ich möchte nachher noch eine Tee-Party machen, dafür brauche ich einen Tisch. Dankeschön. Und voll auf die Knie. Das ist mein Tisch. Nein, mein Tisch. Nein, ah, Mann, warum verliere ich denn immer? Mein Tisch. Du hast eben schon heimlich geübt, das ist gemein. Ja, das stimmt. Slippery. Ah, 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 ah. Mann, das ist voll doof, dass es ist. Ich glaube, der Tisch fühlt sich zu mir hingezogen. Warum habe ich keinen Kopf? Woher kennen wir das? Woher habe ich keinen Kopf? Socker. Socker vor 2, 3 Tagen. Warum? Nein, gibt's nicht. Ist meiner. Ist meiner. Oh, Mann. Ja, mein Tisch. Geh weg. Was ist das? Eine Bowlingkugel. Was war das denn? Oh, Mann. Das ist ein Mini-Tisch. Dizzy. Nein, nein. Ah, Mist. Hast du gesehen, was das für ein Special war? Wuhu. Long Leg. Nein. Oh Mann, immer wenn ich die Linie schon... Yay. Ich will auch tanzen. Yay. Ich will auch tanzen. Yay. Impressive. I'm so impressive. Yay. I'm so excited. I just can't hide it. Yay. Lass dir jetzt mal auf mit deinem Angeber-Tanz. Noch eine Runde. Du hast jetzt die erste Runde gewonnen. Ja. 1 zu 0 steht. Mal gucken, wie es in der zweiten Runde geht. Ich glaube, du musst ganze Sprünge machen und nicht schnell drücken. Schau, die Taste gleich kaputt machen. Ja, nein. Du musst länger... Was hast du jetzt gemacht? Ups. Okay, noch eine Runde. Aber hey, ich habe ja einen Punkt gehabt. Also nicht schlimm. Für dich. Ich setze mich jetzt einfach. Komm, wir machen eine Tee-Party. Fuck off. Könntest du mir bitte den Zucker reichen? Fuck off. Ich habe dich verarscht, Mann. Ich habe dich verarscht. Ich dachte, wir machen eine Tee-Party. Wir schweben. Drück weh. Ich will einfach sitzen bleiben. Das war so schön gechillt gerade. Habt du das? Ey, du hast deinen Kopf verloren. Ich bin kopflos. Plank. Planking. Wir machen Planking. Au, ich bin voll gegen die Lampe gehauen. Komm, nein. Ja, ja, ja. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Was waren diese Kack-Bälle hier? Hüpfen. Ja, ich will. Die hüpfen rum. Die erinnern mich an The Forest, an die Tennisbälle. Nein. Komm zu mir. Komm zu mir. Ja. Mann, ich war doch nur mit einem kleinen Zeh drauf. Ich bitte dich. Zur dunklen Seite der Macht. Wir haben Kekse im Amt. Nein. Oh Mann. Jetzt habe ich den Kopf verloren. Verdammt nochmal. Das ist mein Tisch. Das ist mein Tisch. Das ist mein Tisch. Mein Tisch. Nein. Blue Scars. Den Kindertisch habe ich mir geholt. Komm, gib mir doch einmal die Macht. Lieber Gott. Ich will ihn fertig machen hier. Komm. Nein. Doch, doch. Doch, doch. Ich habe schon wieder gewonnen. Ja, mach deinen Freudentanz. Komm, ich will weiter. Yay. 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 Ich habe noch andere Sachen zu tun. Yay. Oh, boing. Oh, mein Kopf. Nee. Nee. Hüpfen mal rüber. Wir haben doch keine Zeit. Wie steht es denn? 3-3-3-3-3-3-3. Nein, 2-0 für dich. 2-0. Oh, dann ist das jetzt die Entscheidungsrunde. Es entscheidet sich, ob es doch noch eine Runde weitergeht oder ob ich gewinne. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Machst du gut. Ich mach das nicht gut. Oh, jetzt ist es verkehrt. Balls und Reverse. Aber das ist ja egal. Komm her. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Was macht Ende? Don't fuck the table. Das hat aber auch, das ist ja auch ein völlig anderes Spiel als Wrestling hier, ne? Von letztem Mal. Ganz, ganz anders. Boing, Mando. Oh, wie du geflogen bist. Das war voll zeitlogomäßig. Big Heads and Reverse. Ah, nein, nein. Und Bällchen. Bällchen. Poppy. Warum habe ich so einen Riesenkopf? Haben wir beide. Das sieht voll scheiße aus. Balls Big Head und nochmal. Nein, nein. Oh, Mann, ich brauche doch nur noch ein Sternchen. Ein Sternchen. Slippery. Jetzt könnte es rutschig werden. Wo ist die Linie? Das weiße, du, meine Miete, das ist die Linie. Das ist mein Schatz. Ich hüpfe ein bisschen rum. Ich gucke mal, gucke mal, ob ich zu dir hüpfen kann, ja? Gorgius. I'm gorgeous. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ich findest du ungerecht. Ich findest du ungerecht. Ja, ich war viel besser wie du. Nächstes Mal spielen wir ein Spiel, was dir liebt. Okay. Ach was, Mann. Ja, komm. Die sind doch alle gleich. Nein, das ist ein völlig anderes Spiel als WrestleJump. Das fand ich lustig. Guck dir das doch mal an. Das sieht völlig anders aus. Und die Spielmechaniken sind komplett neu. Also mit W steuern ist ja, ne? Geil. Gut. Dann danke ich euch mal da draußen fürs Zuschauen. Danke schön. Die Mad Cat sagt auch danke, ja? Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder zu dem Flash Game Challenge hier. Wenn wir noch welche finden. Natürlich finden wir noch welche. Aber das müssen Spiele sein, die mit W und mit Arrow nach oben gehen, ne? Das ist ja auch so schwer zu spielen. Ja, weil die so anspruchsvoll sind. Finde ich auch. Wir sind ja mehr so für anspruchsvolle Kost. Ja, wir sind ja auch total anspruchsvoll. Ja, ja. Wir müssen, wir sind ja Profi-Gamer. Wir müssen schon anstrengend, schwierige Spiele spielen. Ja. Ja. Und das ist schon viel zu schwer für uns. Danke fürs Zuschauen, habe ich jetzt schon gesagt. Schon zweimal. Ja, zum zweimal. Gut, dann bis morgen. Reingehauen.